Verheerende Anschlagsserie in Bagdad. Bei den schwersten Attentaten seit Wochen werden in der irakischen Hauptstadt mehr als 100 Menschen getötet und mehr als 200 weitere verletzt. Im Abstand weniger Minuten gehen in verschiedenen Teilen der Stadt fünf Autobomben hoch. Mehrere Gebäude werden schwer beschädigt. Vor der zweiten Parlamentswahl im Irak, seit dem Sturz von Saddam Hussein, fürchte die Regierung noch weitere Gewalttaten. Unmittelbar nach den Anschlägen wird der geplante Wahltermin bekannt gegeben. Es ist der 6. März.